So, jetzt kommt Christian Singer. Ist die Haube zu, Christian? Oh! Oh! Du bist ja ein Scharfaude. Willst du noch mal alles checken? Ich sag mal so, der Mann hat ja ein bisschen Pech manchmal beim Start, gell? Danke! Sprich nur aus dir! Na, jetzt hat's geklappt, ne? Sensationell! So, jetzt in der Luft, der Christian Singer. Er hat uns hier von FW Modellau eine A17 gemacht. Ein 250er C-Flex ist da drin. Das ganze Flugzeug ist in Vollkohle. Also, hier kann man sich nicht gehen lassen, aber... Ferniges Fliegen, schnelles Fliegen, ist nicht alles perfekt. Aber wir zeigen natürlich hier auf der Segenflugmesse auch mal die Dynamik, beziehungsweise die Grenzen, oder das Machbare. Bei Grenzen gibt's eigentlich gar keine, sondern nur das gängere Fachbare mit dem Modell. Die Grenzen gibt's eigentlich gar nicht. Und das, was wir denken, wenn man das macht, ist natürlich der Pilot. Also, man muss kein Superpilot sein, um diese Flieger zu ziehen. Also, das reicht auch ganz normale Modellau-Gekennnisse, wenn man seine, ich denke, es ist ein bisschen die Packung. Ich denke, es ist hier immer gezeigt, die Grenze, oder das wirklich Machbare. Wir sehen uns auf dem Rundweg sehr gut verbaut. Die Firma Rundweg ist auch hier vor Ort auf der Segenflugmesse. Die Firma E-Models, die wir in den weiteren Verlaufen haben, ist noch ein Anliegen gesehen. Sie sind bekannt für High-End-Segelflugzeuge mit einem unglaublichen Leistungsspektrum. Aber das werden uns der Markiersfrau und der Partnerlei auch noch zeigen. Der Christian Winger begibt uns hier und seine Assistenz von so einem kleinen Vorgeschmack. Und vor allem, wir haben die Klinik, das möchte ich beinhalten, denn der ganze Flieger wieder da ist, der bietet man eben nur 5,2 km. Und das, was wir jetzt hier sehen übrigens, das ist nur Segenflug. Da ist kein Antrieb, kein ETS-Antrieb oder sonst was. Das ist nur Segenflug. Es sind nur die Klitten. Die Luft klingt auch ganz richtig gut, aber allein davon kann man sehen, was da für eine Leistung drin ist. Das waren jetzt, glaube ich, 6 oder 7 Überflüge ohne Antrieb, ohne alles. Und schauen Sie mal, es ist kaum Höhenverlust in diesem Flieger drin. Jetzt sieht man Zeit und dann kann ich nur schnell, sondern ich kann auch. Langsam schauen Sie sich das an. Tritt das aus. Und so geht es wieder hoch. Ja, vor allem. Ich habe mich jetzt gerade kurz mit Christian unterhalten, der Antrieb, der Antrieb, also wie gesagt, das 250er C-Flix, zieht jetzt bei Vollgas nur 60 Ampere. Das heißt, wir haben ewig lange Motorlaufzeit, man kann sich also richtig ausdoben. Das Ganze natürlich noch bei den geringen Gewichtfall, also 17 Supercombo. Und vor allem, es gibt jetzt hier Vollgas mit dem Triebwerk und es ist sehr, sehr leise. Das ist sehr, sehr leise. Also auch hier hat eine unglaubliche Weiterentwicklung in den Triebwerken in den letzten Jahren stattgefunden. Das war richtig Spaß hier zuzusehen. Also egal ob Hang oder Ebene, mit Antrieb, ohne Antrieb, völlig egal. Das ist der Motor. Und 4,50 Meter freundlich und 4,5, äh, 5,2 Kilogramm Licht. Das gibt natürlich auch schon sehr leise. Die ganzen jetzt hier noch so schnell fliegen. So lange haben wir noch die Terminklier in Schwachmünchen ein bisschen los. Aber manchmal muss man die Jungs einbremsen, auch wenn es sich richtig verliertut. Die letzte Minute läuft, dann ist er unten. Oh! Ist er der Letzte? Ne. Ja. Schaut das nicht mal drauf. Ich hab ja nichts dort. Hat der Kai? Ja. Der Flüchtling ist vor euch, Mann. Ja, und er hat jetzt diese Landung angekündigt. Auch bei ihm ist jetzt die Zeit, die Vorführung abgelaufen. Ich denke, er hat aber richtig fast. Das ist frei. Das darf man noch schnell gehen. Zeitflug. Ich kann so hochdrehen. Das ist wirklich Wahnsinn. Alles ohne Motorraum, ein Kreis, ein Mann, abgefahren. Er versucht ja gerade zu landen. Ja, es geht. Also komm, Christian. Dreißig, reißig, 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 reißig. Mach halt, wo die Glanzerrahe. Ja, alles. Wir sehen ja, also das ist der Abbruch. Mach mal einen Abbruch. Lande mal. Während wir heute mein perfekter Landung zerviert, heute schon der Kugel, der Kugel, der Kugel, der Kugel und der Kugel. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020